Was wäre, wenn Sie plötzlich aus Ihrem Alltag gerissen würden, um ein richtiges Abenteuer zu erleben? Wären Sie dazu bereit? Alles ist noch offen. Wir wissen nicht, was wir sehen werden. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Sympath, könnt ihr uns verstehen? 5, 1, 2, 3. Verstanden. Jetzt haben wir uns. Der Wind hat sich gedreht. Das mit dir schlägt. Wenn wir jetzt nicht aufbrechen, wird es nicht mehr. Ein ungewöhnliches Team von Wissenschaftlern und Filmemachern führt sie mit Hilfe einer revolutionären 3D-Technik zu dem Ort, an dem vor beinahe 100 Jahren 1500 Menschen ihr Leben verloren. Es ist schon erstaunlich, wie schnell es hier dunkel wird. Das also war die Titanic, die hier auf dem Grunde des Nordatlantiks begraben ist. Man nähert sich diesem Schiff mit größter Ehrfurcht. Stellen Sie sich vor, wie es war, in dieser Nacht auf der Brücke zu stehen. Eisberg voraus! Kann mich mal jemand kneifen? Ich glaube, ich träume. Warte erstmal, bis wir drinnen sind. Oh, da ist was schiefgelaufen. Leute, holt uns auf den Monitor. Wir haben totalen Stromausfall. Wir haben ein Problem. Das ist Geschichte vor unserer Augen. Wir haben ein größeres Problem. Sieht ihr das an? Die Geister der Titanic Kronik. Was ist ein? Kronik. Untertitelung des ZDF, 2020